Also ich bin Chris Lukhaub, ich bin Künstler, also so würde ich mich bezeichnen, unter diesem Kategoriefeld Musiker, Fotograf, Naturalist, Aktivist würde ich auch sagen. Ich bin heute hier, weil sich ein großer Wechsel anbahnt, und zwar bin ich bei Natureholic eingestiegen. Ich habe ungefähr 85 Länder besucht und habe viele Habitate gefilmt, ich war sehr viel in der Natur draußen. Und zwar ist es so, dass ich Farschat schon kenne, seit er zwölf Jahre alt ist, und ich habe ein Buch unterschrieben oder irgendwas, habe ihm eine Signature gegeben. Dieser Moment hat sich eingeprägt. Man sieht sich leben, wo er nicht nur zweimal, sondern öfters. Und er hat früh angefangen, er war sehr aktiv auf dem Gebiet von Garnelen, mit Schnecken und auch Krebsen. Irgendwann mal ist der Zeitpunkt gekommen, und das war vor kurzem, wo wir gesagt haben, warum tun wir uns nicht zusammen. Was mir imponiert und was mich beeindruckt, ist, dass er nicht nur ein Herz für Tiere hat, sondern auch den Verstand, aber auch, dass sie anders arbeiten. Es ist eine Challenge für mich, hier in diesem jungen Team beizutreten, die anders arbeiten, wie ich über die Jahre gewohnt bin. Ich glaube, wenn man im Leben die Herausforderungen nicht meistert und die Challenges nicht annimmt, die einem geboten werden, dann macht man vielleicht was verkehrt. Es wird sehr kreativ werden. Seid gespannt auf all diese Projekte, die euch erwarten in dieser Zusammenarbeit. Ich bin es und ich bin froh, dass wir hier was Schönes kreieren können.